Was ist hier? Ja, es ist Marbiccio, Frank. Der Final-Teil, Fynn. Erzähl mal, letztes Mal Finale in Leipzig im Regen gespielt. Regen liebt euch. Seid ja nicht. Genau, erzähl mal, genau. Aber gegen Gollinger-Winscheid kann man ja auch, denke ich, verlieren. Erzähl mal, wie war es das eigentlich? Es war überraschend knapp, fand ich. Phasenweise war es echt nicht knapp. Aber ich sag mal, es war ein anderes Spiel, wir haben ja oft genug gebrakt. Wir hätten endlich auch gewinnen können. Das ist ein bisschen ehrlich gerade. Genau, deshalb bist du auch nicht ganz so... Ich bin gerade nicht hervorragend, das ist richtig. Ja, aber neue Chance nächste Woche. Ja, außer Quali. Genau, das ist eine große Zeit. Aber Superkraft sei der Platz. Rückblickend wirst du da stolz sein. Ja, klar. Also, viel Spaß bei dir und danke dir.